Ey, da stand eine Falle auf dem Dings, auf dem Weg. Ja, das passiert manchmal. Welch unmotivierter Zombie hat das hier. Oh, scheiß die Wand an. Ich sage dir, das ist der Fluch der Aufnahme. Ja. Vorhin, als ich nicht auf ihn umhabe, die ersten beiden Rands. Ja. Es ist nicht mehr normal. Denk dir einfach nicht dran, dass die Aufnahme läuft. Mache mini mir am besten dann... Ah, ne, du hast ja gar kein Aufnahmefenster. Ne. Aber... Oh, Gräber. Achso, ich habe ja... Doppelhand. Zwei händige Pistolen. Ja, du bist jetzt richtig nah dran. Ja. Hast du ein Leuchtling dabei? Ja, hab ich immer. Tja, das ist Sparks, wenn du die haben willst. Oh. Naja, aber dann habe ich keine Nebenhand. Ja, das ist jetzt das Risiko. Oder wir gucken mal, ob hier irgendwo noch eine Pistole rum... Ja gut, aber nach dem gleichen Compound denke ich mal. Aber eine Sparks, Alter. So etwas Edles liegt hier rum. Ich glaube, Sparks ist so ziemlich das Höchste, was ich bis jetzt gefunden habe. Oh Gott. Ich will da schon seine Schiff gehen. Das ist so ein Vorschlag. Das wird gnadenlos nach hinten losgehen. Boah, hätte sie jetzt mal die Quaderinger. Da würde einem Schlocke einen Schuss reichen. Nach einem Sparks-Hit. Also es stimmt. Oh Mann, ich hatte echt überlegt, ob ich sie mitnehme. Und er hat sie auch noch auf dem falschen Slot, Alter. Boah, das ist so nervig. Ja. Okay. Ich habe schon Schnellspiele verloren, weil ich die ganze Zeit die Waffen hin und her gewurschtelt habe. Dass sie da sind, wo sie sind. Und es so lange gedauert hat, dass ich da einfach weggeholt wurde. Der hat mich ja... Oh, Hunde. Oh, warte, ich brauche Ausdauer. Ich kann gerade aktuell... Dass man das nicht einfach mal so verschieben kann. Ja, das ist... Also ich... Ja. Das ist so ziemlich das einzige Manko, wo ich sage, wo wirklich nervt. Mhm. Ich meine, das Spiel soll schwer sein. Und so weiter. Aber das hat mit einem schweren Spiel nichts zu tun, sein Equip ein bisschen zu verschieben. Wo ist Nummer 4? Das war nur die. Das sind auch immer zu viert. Ne, nicht immer. So. Jetzt einmal über den Steg. Eigentlich dachte ich immer, es gibt Pärchen und Viergruppen. Ne, es gibt auch Dreier. Ich meine sogar bis 5, oder? Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Aber es gibt auch 2 bis 4, Minimum. Hier ist ein Sümmobil, wenn du irgendwas brauchst. Haben die einen flotten Dreier hingelegt. Diese Schweinehunde. Nur gut, dass wir sie abgeschlachtet haben. Ey, da stand eine Falle auf dem Dings, auf dem Weg. Ja, das passiert manchmal. Welch unmotivierter Zombie hat das hier. Oh, scheiß die Wand an. Scheint, wird da auch irgendwie eine Springfield oder sowas zu sein. Oh ja, hier ist jetzt ein Immolator. Ich kann dir nicht helfen, wir müssen erst mal versorgen. Alles gut, alles gut, alles gut. Noch habe ich alles im Griff. Hast du nie geschossen? Nein, ich werde beschossen. Wegen dem Immolator. Da. Jetzt ist da noch ein Zombie. So, Schnauze. Wir müssen ja Jäger töten. Bist du bei mir? Ja. Hat einen Treffer hinter dem Boden. Gut. Sehr schön, danke. Wisse, gut, dass du Sparks hast, Alter. Ja. So, ich muss kurz nachladen. Bruce weiß. Okay. Gucke ich mal hin, ob ich den sein... Okay, da ist schon der Nächste. Ich hole mal den Clou einfach, dass sie die Schritte besser hören, weil der immer so fucking laut ist. Genau, sei. Oh, ja. Wo ist die? Links von dieser weißen Hütte. Okay. Also, da hinten dran irgendwo. Ah, ja. Hat einen Hit. Genau, wer passt hinterher. Und da vorne ist auch noch einer. In diesen Boote schuppen. Nein. Kann der die Leiter hoch oder was mit alles? Den einen habe ich aus den Augen verloren. Mist, mein letztes Minipack. Hier ist dann eine... Ja, hier ist eine Consumer Builder. Du kriegst vielleicht noch eins raus. Aber erst mal vorstieg sein. Hast du auf das Fass geschossen? Da ist einer. Hier ist einer. Ich habe sie abgestochen. Alter. Leck mich am Arsch. Hock dir die da einfach. Junge. Was? Mistkäfer weg hier von mir. Boah, was ein Chaos. Zu wem gehörten die jetzt? Tja. Ist da einer auf dem Dach? Da ist einer auf dem Dach. Wo? Hier bei mir. Ich höre was aufs Blech. Ja. Down. Sehr schön. So, jetzt haben wir drei tote Hunter. Wo ist denn der vierte? Puh, facke die, Alter. Nee. Da kannst du die Pistole nehmen. Nee, die hat eine Conversion. Ja und, du hast doch gar keine, oder? Doch, ich habe eine Packsaufgung von dem anderen. Ah, okay. Hier ist Punkte. Ah, nice. Das ist jetzt... Ey, da läuft noch was, oder? Ja. Auf dem Dach. Der will den bestimmt wiederbeleben. Da drüben. Fuck. Waffen nicht gewechselt. Mensch, musst dich heilen. Schön. Ey, hinter mir, das war ich nicht. Ach, das warst du gar nicht? Nee. Oh. Äh, ups. Boah, hast du irgendwie Spezialmunition gesehen? Nee. Fuck. Ich denke, oh, Alter, nur gut, dass der mich nicht erschossen hat. Ich saß voll mit dem Rücken da zu ihm eigentlich. Ich muss mir hier Munition holen, sonst bin ich aufgeschmissen. Da ist noch mal lange. Ich loote hier mal. Ja. Oh, der hat auch eine Apacat. Falsch ist die voll. Mehrere? Ja. Zwei. Warte. Komm zu dir. Boah, nur noch einen Schuss in der... Wo sind die? Die waren dahin bei Nordosten. Bei 45 ungefähr habe ich sie gehört. 16. Und... Bei uns. Genau. Hast du. Ja. Aber du bist. Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Ich sehe absolut gar nichts. Dass man ja auch seine Höhe nicht regulieren kann. Wie seine Höhe? Achso, wenn man geduckt ist. Bei Tarkov kannst du es machen. Das ist einfach mal so genial. Ich merke schon, du bist sehr begeistert von dem Spiel. Ja, absolut. Heute habe ich schon einen Trailer gesehen für die nächste Map. Hier ist eine Lebelle, wenn dir das lieber ist als ein Sparks. Eine Lebelle? Oh, das ist natürlich auch nice. Oh, eine Lebelle. Ist das doch ein Mist. Du bist sicher, dass du das gehört hast? Die Schritte? Dass das Spieler waren und keine Zombies oder so? Ja. Ich habe einen Zombie gefunden. So, jetzt habe ich das Waffen-Kasper-Theater wieder hinter mir. Wisst ihr, ich habe doch gesagt, wir regeln das für dich. Jetzt habe ich es auch auf dem richtigen Slot. Sehr gut. Bomben, Spezial-Munition. Ach, normal, ich wollte mir eigentlich immer angewöhnen, eine Muni-Kiste mitzunehmen, wenn ich eine Nitro spiele und ich vergesse es jedes Mal wieder. Oh, kannst du mir auch irgendwo eine Tür aufbauen? Ja. Kaufen Sie alles, was ich im Angebot habe. Was ist denn Munition? Ach ja. Wenn du Spezial siehst, werde ich Bescheid sagen. Die sind bestimmt zum Boss rübergegangen oder so. Ja, das Gefühl habe ich auch. Irgendwie ist hier nicht mehr so viel los. Hier ist noch ein Geldsack. Oh. Wegen lasse ich mich natürlich. Hier ist auch noch einer. Ich wollte wieder markieren und was macht sie? Er schlägt. Von wem knallen sie wieder ab in den armen Schwarzen, weil wir auf der Suche nach deiner Spezial-Munition sind? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Bin ich überhaupt schwarz? Äh, nein. Oder? Doch. Echt? Warte, ja. Okay. Warte, die Raben sollten wir vielleicht schnell aufschrecken. Die Hände sind ziemlich weiß aus. Naja. Bisschen so leicht gefreut. Ah, hier ist so Spezial-Munition. Ey, da! Da hat jemand gekämpft. Was? Was ist mehr da hinten? Ja. Ich glaube, die kämpft gegen den Meathead. Nee. Mit den Araben. Mist. So eine strategisch wichtige Position. Mhm. Nach dem ersten Schuss können wir sie aufscheuschen, dann wissen sie eh, dass sie da sind. Mhm. Sie läuft, sie sind drin. Ja. Sie sind draußen, haben Raben aufgescheucht. Ja. Da vorne sehe ich sie. Die will wirklich die Meathead verbringen. Oh, lass mich da drauf. Ich habe vorbeigeschossen. Ich habe wieder vorbeigeschossen. Ich treffe nichts. Ich habe es da. Okay. Boah, wie schlecht. Alter, war das jetzt eine... Boah. Das war ja Quickshot, Junge. Das war mehr Zufall als Glück. Nee. Mehr Zufall als Glück. So, jetzt habe ich wieder nur einen Schuss. Das ist halt der absolute Nachteil bei Nitro. Ja. Ich spiele das Teil so gerne. Aber wenn du nicht triffst, bist du so aufgeschmissen. Hier ist Muni, wenn du brauchst. Oh ja. Der Boss wurde verbannt, aber wir haben Zeit. Ja. So, die Frage ist, hatte die ein Mate dabei? Wir werden es gleich sehen, wenn ich eine Fackel gefunden habe. Hier. Ich gehe noch ein bisschen auf Muni-Suche. Okay. Sorry, aber... Ja, mit einem Schuss. Wir werden wegen dir noch drauf gehen. Nein. Was denkst du denn schon wieder? Denk doch mal positiv. Ich dachte, da stand schon wieder eine Eigenschaft rum. Das war bloß ein schwuler Kerzenständer. Kerzenständer? Mhm. Was ist ein Kerzenständer? Ein Kerzenständer? Weißt du nicht, was das ist? Ja doch. Wo ist der herkommen? Ach so, ich habe gedacht, du hast eine Eigenschaft, die Kerzenständer. Ach so, nee. Es gibt eine Eigenschaft, die lässt ihren Ständer wachsen. Aber ob da Kerzen drin sind, weiß ich nicht. Okay, suchst du noch irgendwas Spezielles? Können wir dann doch... Naja, Spezialmunition. Ja. Die spezielle Spezialmunition. Aber ich habe nichts gesehen. Naja, ich auch nicht. Also ich will jetzt... Hä? Ey, du bist ja an den Raben vorbei und nichts ist passiert. Ich habe Beastface. Ach so. Sehr, sehr geiler Perk. Kann ich jedem nur sehr empfehlen. Ja, wenn man das nicht leisten kann, hat die Arschkarte. Bestimmt. Brennt die noch? Ja. Die schmort noch. War wohl allein unterwegs? Das kann sein, ja. Auf eigene Faust. Mist. Ich habe hier einen Sticky, aber ich weiß nicht, wo ich den hinschmeißen soll. Häft also so einen ekelhaften Zombie an. So. Der Dr. Instinct hat schon mal aufgehoben. Wir dürfen sie sehen. Sie schießt doch aus vollem Rohr. Wo sind die Brüder eigentlich? Noch drin? Die werden drin sein. Ne, die laufen noch raus. Oh, dann hinterher. Boah, ich weiß jetzt nicht. Ja, doch. Die Richtung, oder? Ja. Haben Enten aufgeschreckt. Laufen da gerade durchs Wasser. Mann, ihr scheiß Zombie-Idioten. Oh, nein. Die kriegen wir nicht mehr. Der Ausgang Cyprus-Hatz ist komplett im Wasser. Wenn wir jetzt Gas geben. Okay. Hinter dem bleiben. Können wir sie im Wasser vielleicht abfangen. Ohne Deckung. Wenn ich mal was treffen würde, ne? Machst du doch sonst eigentlich. Ja, sonst. Aber heute irgendwie. Also jetzt. Die sind schon im Wasser. Die müssen theoretisch schon im Wasser sein. Ja. Die sind schon fast am Ausgang. Ich seh... Oder? Ich seh keinen. Ich hab einen gesehen. Komm, komm, komm. 30 Sekunden haben wir Zeit. Ohnein. Was fliegt denn hier alles in die Luft, alter? Das sind... Das sind nur... Ersteckungsgranaten. Mist. Aber es war mal gut, dass ich die Spugs aufgehoben hab. Damit hast du den Arsch gerettet bei dem einen Kind. Ja. Das hätte ich mit den anderen Waffen nicht geschafft. Ja. 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 Ja.